Wir sind im Stufenbahn. So schnell schaltet hier die Regie. Luli und das hat seinen Grund, denn jetzt turnt die Olympiasiegerin und Weltmeisterin an diesem Gerät. Neben Shannon Miller, die urdekanteste Athletin dieses Starterfeldes. Ja, Handstanddrehungen dann sofort gefolgt von Katschow, ein wenig dicht am oberen Holm. Dafür schön der Überflug zum unteren. Luli aus Peking, die Olympiasiegerin an diesem Gerät, Weltmeisterin, Siegerin der Asienspiele. Emil Kaffee.